Die viertgrößte Insel der Welt. Wer gründete mit seinem Vater einen Verlag und brachte das Hamburger Abendblatt heraus? Welcher griechische Philosoph stürzt sich in einem Trauerspiel von Friedrich Hölderlin in den Eltern? 16! Als 16 ist gut, das Problem an der Sache ist, er kommt jetzt nochmal, zuletzt mal heute Abend. Hier kommt der Jäger. So, Herr Klussmann, eine hohe Summe. Das stachelt Sie ja wahrscheinlich auch immer da oben nochmal ein bisschen mehr an. Das hat immer noch eine höhere Relevanz natürlich. Zwei Minuten für Sie jetzt, Herr Klussmann. Wir spielen Ihren Fragenumschlag. Die Besonderheit liegt darin, dass Ihr, wenn er patzt, ihn zurücksetzen könnt. Ihr kennt das Spiel. Wenn er falsch antwortet oder passen muss, wird die Uhr sofort angehalten. Ihr habt kurze Beratungsmöglichkeiten. Nutzt bitte diese Patzer. Okay. Herr Klussmann, sind Sie bereit? Ich bin bereit. Zum letzten Mal heute Abend. Die Jagd beginnt. Der Jäger heute Abend ist Sebastian Klussmann. Der braucht 16 richtige Antworten, hat zwei Minuten und die Zeit startet jetzt. Pech im Spiel, Glück in der... Liebe. Welchen X-Men spielte Hugh Jackman? Äh, der, äh, Boring. Welche Regierungsform herrscht in Saudi-Arabien? Eine Monarchie. Monarchie. Welche Stadt war vor Edinburgh, schottische Hauptstadt? Let's go. Stopp die Uhr. Everton. Perth. 1,44 auf der Uhr. Sie brauchen 13. Und die Zeit startet jetzt. Womit konnte man in Griechenland erstmals im Jahr 2002 bezahlen? Welche Zeichentrickserie handelt von Cartman, Stan, Kyle und Kenny? South Park. In welcher amerikanischen Stadt kann man die Harvard University besuchen? Es ist bei Boston, das ist eigentlich Cambridge. Wie heißt die karibische Stadt mit den meisten Einwohnern? Ähm, Kingston? Stopp die Uhr. Aber war ein Abend. Santo Domingo. 1,22. Sie brauchen 10. Weiter. Die Zeit startet jetzt. Wenn ein Spieler einen Schach nicht abwehren kann, dann ist er? Matt. Das Theaterstück ist Streetcar Named Desire von Tennessee Williams. Heißt auf Deutsch Endstation? Sehnsucht. Unter welchem Künstlername ist Terence Jean Bollia willkommen? Paul Coghoun. In welcher Stadt wurde 1899 der deutsche Skatverband gegründet? Altenburg. Stopp die Uhr. Richtig ist der Schatz. Du brauchst jetzt eine Antwort. Erdgut. In Halle an der Saar. Oh, das ist die Zeit. 1,04 Euro hätte ich bei einer Minute vier. Sie brauchen sieben. Herr Klussmann, sind Sie bereit? Ja. Die Zeit startet jetzt. Zu welcher Tierart gehört das Haustier Bo der Präsidentenfamilie Obama? Das ist ein Portugieser, der Herr Wasserhund. Wie heißt das Mutterland des Skisprings? Ich bin da. Stopp die Uhr. Das ist morgen. Was gibt es heute? Norwegen. Norwegen ist richtig. Wir haben das Thema gebraucht jetzt. 55. Der Jäger fällt auf neun, braucht sieben. Die Zeit startet jetzt. Welcher Johnny legte mit der TV-Serie 21 Jumpsteading ein Romanzyklus von François Rabelais? Heißt Gargantua und? Patergol. Die meistverkaufte Single von Queen heißt Another One Bites. Stopp. Das Grand Hotel Hessischer Hof ist das einzige privat geführte Luxushotel in welcher Stadt? Äh, Bahnbahn. Stopp die Uhr. Okay. Antwort? Ja, das ist richtig. Einfach denken, Matthias. Die hessische Hof ist in Frankfurt, ja. 33 Sekunden, das ist brutal spannend. Fünf brauchen Sie noch, Herr Klussmann. Und die Zeit startet jetzt. Welche Gerbstoffe im Wein erhöhen seine Lagerfähigkeit besonders? Äh, Tanninen. In welchem Land wurde der Fußball-Europapokal erfunden? Äh, Schweiz. Stopp die Uhr. Und ihr den habt jetzt dann? In Europa. Ich brauche jetzt eine Antwort. Frankreich. In Frankreich, ja. Oh, Herrmann, ey. 23 Sekunden auf der Uhr. Sind Sie bereit, Herr Klussmann? Ja. Die Zeit startet jetzt. Die Hauptrolle der Karen Blixen in Jenseits von Afrika spielte Meryl? Street. Welches afrikanische Land hat sowohl eine atlantische Küste als auch eine Küste am Indischen Ozean? Südafrika. 1955 gründete der Österreicher Friedrich Jahn welche Schnellrestaurant-Kette? Wieder hoch. Stopp die Uhr. Schnellrestaurant. Wienerwald. Wienerwald. Oh, so gut. Sie haben noch acht Sekunden, Herr Klussmann. Ja. Alles ist drin. Sie brauchen noch vier richtige Antworten. Geben Sie alles. Ich mach schnell, ja. Die Zeit startet jetzt. Welcher Wissenschaftler schrieb mit Zeit des Erwachens einen später verfehlten Bestseller? Herzlichen Glückwunsch. Die Zeit ist am Ende. Das ist sensationell. 89.500 Euro. Das hat er noch nie. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, ihr macht was Anständiges draus. Teilt das Anständige ab. Eine Riesen-Nummer gespielt heute. Bravo. Vielen Dank, Herr Klussmann. Das war die Fahrt der Jahnsteil. Wir freuen uns sehr aufs nächste Mal, wenn die Jahn wieder beginnt. Tschüss. Guten Abend. Tschüss. 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 Vielen Dank.